Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Aragami. Ich stelle mal die Falle ganz schnell auf, weil es ist ja eine Gratler hier. Das wird nämlich jetzt echt sehr gut... Wow, ich muss weg. Äh, hüpf weg, bitte. Dahin. Nächstes Mal dahin. Und nochmal. Dahin. Danke. Und verstecken. Also, ja, schleichen halt. Ähm, fünf müssten das jetzt sein. Eins, zwei. Drei. Vier. Und wo ist der fünfte? Fünf. Perfekt. Vier und... Noch einer. Ein sechster geht sich auch noch aus. Sind jetzt alle weg? Oh, bis auf einer. Den werden wir so ummeucheln. Meucheln. Yeah. Das lief gut. Das waren jetzt echt sechse. So gut hat das gepasst? Sauber. Ich bin zufrieden. Bitte. Nennen wir gerne mit. Das nennen wir mal ausmüllen, oder? Bei der Gelegenheit, äh, werde ich nochmal zurücklaufen. Äh, schnell. Da. So. Ja. Ja. Da dürfte sowieso niemand mehr am Leben sein. Dürfte, sollte, müsste. und schnell raus hier zum Schreinilein und öffnen ja und wir leuchten wieder sehr gut und bei der Gelegenheit ich brauche Schatten machen wir jetzt ich glaube die Seite war es wie gesagt es müssten alle verstorben sein müsste sollte Tete tun so langsam das müsste klappen so jawohl und schwupp ja steht da noch einer aber nur einer den könnte ich eventuell herholen mit Gepfeife aber da hatscht tatsächlich noch jemand rum ne das bedeutet wir machen das wieder schlau und zwar hier am besten die Falle oder und ich mache sie lieber da wieder so hierher hierher mit Gepimmel und ich hab mal hierhin so verstecken dann warten bis alle da sind eins müsste noch ein zweiter sein normalerweise zwei noch mehr vielleicht ein dritter noch nein fein super da ist einer aber der scheint das Gepimmel nicht mitbekommen zu haben wo ist denn der jetzt hin ist der da jetzt hoch ich muss warten ob der jetzt wieder kommt ob der jetzt wieder kommt irgendwo geht der rum ne hallo in der Tat da kommt er so so wo weg mit dir so ganz schnell wieder zurück so das lief nicht schlecht so wie schauts jetzt aus da drüben habe ich gesehen ist noch einer ne dann müssten wir hier ja auch schon eigentlich fertig sein oder Maria und Josef la 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 wa sicher ne da ist sonst kein Kratler mehr ne eventuell eventuell hier noch schaut aber auch gut aus oh boah ey ne dreht der sich nur im Kreis oder geht der auch mal weg ansonsten ansonsten opfere ich hier nämlich ähm eine Falle wenn es nicht anders geht scheint in der Tat nicht anders zu gehen ist der zweite auch da? passt wegsau'n jetzt müssen wir Ruhe haben ich weiß das war jetzt ein unnötiges Opfer meiner Fähigkeit eigentlich aber was sollst du machen so und zusammenhauen schwingen bergfest aha das müsste jetzt eigentlich auch wieder gespeichert haben ne so und wir müssten alle Gegner haben schwingen theoretisch das heißt wir können uns jetzt auf die Suche nach Schriftrollen machen eigentlich nein das ist keine aber irgendwo die müssen doch irgendwo sein oder ich traue mich wetten dass das nicht alle gewesen sind die ich bisher gefunden habe in diesem Level vor lauter Gegner im Auge behalten nämlich ist es gar nicht mal so unwahrscheinlich dass man was übersehen tut ich glaube sowas leuchtend blaues wäre uns fast aufgefallen glaube ich aber da an der Feuerstelle da oben da war ich noch überhaupt nicht ne vielleicht liegt ja echt wirklich hier irgendwas oder auch nicht hier vielleicht nein hier drüben nein dann bleibt nur noch eines zum Prüfen vielleicht da also da waren wir schon ne da ist ja definitiv auch nichts nein ich denke mal dann wird hier wahrscheinlich wirklich nichts sein eventuell vielleicht da oben vielleicht da oben vielleicht kann man hier überhaupt drauf da nö oder glaubt nicht oder müsste passen da will ich sagen wir schleichen uns wieder so dann haben wir das hier auch schon na bitte wenigstens jetzt mal hinbekommen so da oben das schaut ja verdächtig aus da gibt es das bestimmt auf der anderen Seite auch wenn ich jetzt die andere Seite finde wah das war eine Statue ne ja na toll äh was renne ich denn da eigentlich zusammen ich Idiot ich hätte nur darüber gehen brauchen Entschuldigung so hier vielleicht nein wäre ein tolles Versteck aber gewesen ich glaub dann sind wir hier in dem Bereich da fertig und äh können abhauen so da hier und darüber so jyhüpf jawohl gespeichert hoffen wir es so vielleicht da oben irgendwo was vielleicht trotzdem da oben nachschauen noch vorher Okay, wir wären schon darauf reingekommen. Von außen hat es ausgeschaut, ne? Als wenn, ähm... Als wenn das eine Scheibe wäre. Darum bin ich unten rein. Ich glaube, wenn das da irgendwas schriftrollenmäßig liegen tut, dann hauen wir wieder ab, würde ich sagen. Na nü, Schatten. Ja. Bisschen Schattenenergie noch aufladen. Dass ich hier wieder raushüpfen darf. Irgendwie, vielleicht, eventuell. Oder auch nicht. Dann gehen wir halt so. Ich werde irgendwie das Gefühl nicht los. Dass hier sowohl in der Schriftrolle liegt, irgendwo... Das ist merkwürdig. Wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Ich glaube, war das jetzt rauf? Nö, runter eigentlich, ne? Jetzt habe ich mich verlaufen. Grandios. Müsste schon da gewesen sein. So. Schleich, 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 schleich. So, darüber. Irgendwie komme ich wieder raus. Das war jetzt echt super von mir. So, so richtig schön Zeit vertrödelt. So. Jetzt aber. Und schwupp. Passt. Und raus hier. Na, würdest du? Geht nicht mehr. Okay, Schatten. Irgendwie gibt es ja nicht wirklich Schatten. Vielleicht hier? Ja, hier schon besser. So, auffüllen. Einmal voll, bitte. Ja, ja. Ja. So. Ich glaube, wir sind voll. So. So. Diese Bogenschützen sind auch verdammt lästig, ne? Die sollten eigentlich auch mal. Ausgemerzt werden. Jetzt müssen wir schauen, wo der eine hingeht. Das ist gerade nicht so einfach, ne? So. Ich meine, es hat eh gespeichert, ne? Und tschüss. So geht's auch. So, ja. So geht's auch. Das ist nur die Frage. Aha. Ja, das passt gerade eh, wenn wir da runter können. Ui. Weil, schreien und so. Ja. Aha. Kann man dann hier immer, geht das, ja, volle Wäsche, volle Wäsche. Das klappt. Ich hab keine Ahnung, wie ich den gerade leider jetzt krieg. So. So schön auffüllen. Na, willst du? Hä? Wo geht's denn da lang? Ah, ich weiß schon. Glaube ich. Das ist ein anderer Zugang, ne? Für Heroben, Droben. Hm. Jojo. Jetzt muss ich warten, bis der wieder da ist. Verstecken. Und dann wird der niedergemeuchelt. Der eine Bogenschütz. Und entsorgt. Und dann wird unten noch sauber gemacht. Und dann gehen wir das letzte Element an. Jo. Na komm nachher, du. Pfosten. Und tschüss. Und entsorgen. Sehr gut. So, dann hüfen wir noch da rüber. Ist noch ein Bogenschütz, tatsächlich. Einer ist noch. Irgendwie gibt's hier kaum Schatten, ne? Sehr mager mit Schatten. Gerade. Aber doch, hier geht's. Hier ging's grad. Da. Jetzt ist die Frage, wo der hingeht, ne? Es scheinen halt nur drei zu sein. Bei quasi jedem Element einer stationiert. Kurz mal warten. Der bewegt sich gar nicht vom Fleck, kann das sein? So, geht das? Krieg ich hier Schatten? Okay, da kommt er. Wie weit gehst du? Er steht, okay. Okay. Und weg mit dir. Entschuldigung, er ist ja gerade nicht so viel Reden, du. Aber das Ganze ist spannend. Spannend. Gut. Dann wieder Schatten aufsammeln. Ich glaub, das dürften jetzt alle gewesen sein. Jetzt ist die Frage... Wie meucheln wir die jetzt? Wow, fast runtergefallen. So. Einmal kurz umschauen. Ich glaub, das müsste gehen, sobald der weg ist. Und weg mit dir. Dann muss ich mich hierher stellen. Na, schleichen bitte. So. Dann ist der dran, der hier herumspaziert. Den meuchle ich hier nieder. Und dann müssten wir's, glaub ich, schon haben. Dann dürfte, glaub ich, maximal noch ein oder zwei sein. Glaube ich. In die Mitte muss ich halt reinschauen. Ob da noch jemand steht. Passt. Der ist auch fertig. Wie gesagt, ich bin mir jetzt ehrlich gesagt gerade überhaupt nicht sicher. Wo hier noch jemand stehen tut. Ob hier noch jemand steht. Oh. Natürlich. Hier. Und tschüss. Und in die Schatten. Aber jetzt müsste's fertig sein, oder? Jetzt müssen wir's geschafft haben, ne? Oder? Dürfte gegnerfrei sein, oder? Oh, da. Schaut so aus. Prima. Dann würde ich sagen, wenn's noch geht, hier hoch. Da will ich noch kontrollieren, ob hier wohl keine Rolle Schrift ist. Schaut nett so aus. Wind haben wir ja schon. Jetzt fehlt nur noch Wasser. So. Das müsste dann hier sein, die Abteilung, ne? Ja. Da nochmal schnell hoch. Kontrollieren. Ziemlich mager, oder? Na ja, das ist dann halt wohl so. Husch, 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 husch. Und. Aus mit uns. So, vielleicht haben wir hier. Oh. Na, was ist mit dir, Glühwimmchen? Ist da was versteckt? Nö, oder? Das war jetzt bestimmt nur wegen dem Schrein, oder? Oh, da. Schönes und gefährliches Wasser. Den Schrein benutzen wir jetzt noch nicht. Erst wenn wir unsere beiden Lichtkügelchen hier verbraucht haben, dann machen wir das. Hm, wieder alles voll mit Wachen. Aber das scheint schriftrollmäßig nichts zu sein, ne? Die hab ich sicher, der irgendwo... Die sind sicher wieder so sacklisch gut versteckt. Trau ich mich schon wieder wetten. So. Da geht einer. Und tschüss. Und weg mit dir. So, den ersten Hammer. Wie schaut man aus? Aha, das Wasser hier in der Mitte, mit Licht und so, das ist nicht so schön. Das muss weg. Das muss weg. Vielleicht hätte ich doch runter gehen sollen zuerst. Also runter rein. Hier und so, ne? Schwupp, schwupp. Und tschüss. Sauber. Halt. Nicht wegrutschen. Hat jetzt eigentlich gut ausgeschaut. Eigentlich gar nicht mal so schlecht. Jetzt ist nur die Frage, ob da drüben dasselbe in blau ist. Blau wie Wasser, ne? Ja, tatsächlich. Da kommt so einer. Bitte, 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 bitte. Mäucheln, mäucheln. Licht, ne? Ach, geht's ja aus. Passt. Super. So, da oben müsste eher alles safe sein. Schnell mal Schattenenergie aufladen. So. Wann kommt der Kerl? So, bis dahin klappt schon mal. Da kommt er. Den einen hauen wir weg. Und weg mit ihr. So, verschwind die Bus. So, wir schauen mal da drin aus. Schriftrolle. Ich seh sie. Da. Boah, sind die wieder fies versteckt. Da war sicher bei den anderen irgendwo auch noch welche. Kann ich mir gut vorstellen. Ich glaub, das ist oben, ne? Irgendwo geht da nämlich wieder jemand. So. Gut. Das war natürlich geplant. Ja, das war wirklich geplant. In der Tat. Ja. Ja. Das lief gut. Boah, ey. Da unten ist der Nächste. Ja, weg mit ihr. Da drüben ist noch einer. Der Rote, ne? Schnell weg. Schnell rein da. Ist hier vielleicht noch eine Schriftrolle? Nein. Wo ist denn der? Da steht er, ne? Wow. Und weg mit dir. Das geht gar nicht mal so schlecht, meine Lieben. Ich bin entzückt. Wirklich wahr? Hui. So. Und natürlich das Zusammenschlagen. Dürfst in der Mitte kein Licht mehr sein. Richtig. Richtig. So. Fuh. So. Wo geht der? Kommt er her? Nein, der geht weg. Den hauen wir weg. So, tschüss. Und in die Schatten mit dir. Super. Also ehrlich, das lief gar nicht mal schlecht. Jetzt muss ich nur lauschen. Ob ich noch Schritte höre. Das waren bestimmt noch nicht alle Grattler. Oder doch? Schön wär's, wenn's alle wären. Schaut's aus. Schön gemacht. Und? Noch eine noch. Also doch noch. Dann hat sie vorher ein Schmarrn geredet. Dann sind's doch vier. Einen Schmarrn hat die geredet. Zeig ich euch. Einen Schmarrn. Gut, dann wär's gut, wieder rauszugehen. Aber irgendwie ist das auch komisch, ne? Eine Schriftrolle haben wir. Ja? Das Wassersystem ist auch cool gemacht, oder? Was? Tschüss. Da ist echt noch einer. Ich bin größenwahnsinnig. Krebst echt noch einer rum. Vielleicht sogar noch ein zweiter. Dann hab ich bis jetzt nur Glück gehabt. Wieder mal. Boah, ey. Ich dachte mir grad, hä? Warum kann ich jetzt jemanden töten? Wieso soll ich jetzt die Luft töten? Naja, so viel zu Luft. Da ist keine, ne? Nö. Keine Rolle Schrift. Okay, wir sind einmal rundherum. Das dürfte dann schon alles gewesen sein, oder? Nehme ich mal an. Dann hauen wir wieder ab. Wir haben noch keine Punkte verbraucht. Das ist schön. Das heißt, der Schrein bleibt unangetastet. Viel später. Denn wir sind ja noch nicht fertig. Oh, der Pat ist aber dafür fertig. So richtig fertig. So. Ich versteck mich. Na, ich wollte mich da oben verstecken eigentlich. Da geht mir die Schattenenergie aus. Verstehst? Verstehst? Dann fällt nur noch eines. Das wird dann die Erde sein. Nehme ich mal stark an. Und die werden wir dann im nächsten Part angehen. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.